Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich bin gefragt worden, gibt es die Möglichkeit in Luminar AI den Farbstich von Schnee zu entfernen und ein reines Weiß zu kreieren. Ich möchte dir mit diesem Video zeigen, welche Möglichkeiten du dazu hast und wie ich das mache. Ich hoffe es sind wieder einige nützliche Informationen für dich mit dabei und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Ich habe an dieser Stelle schon mal ein passendes Bild geöffnet, bei dem man sehr gut erkennen kann, dass der Schnee hier im Vordergrund so einen leichten Blaustich hat. Wo das herkommt, das kann mehrere Gründe haben. Entweder habe ich den falschen Weißabgleich in der Kamera eingestellt oder der automatische Weißabgleich hat sich falsch eingestellt. Alternativ und das vermute ich, ich habe hier die Reflexion von dem blauen Himmel hier oben, die hier unten auf den Schnee scheint und dadurch wirkt der Schnee ebenfalls ein bisschen blaulastig. Wenn ich im RAW Format fotografiere, ist die einfachste und schnellste Variante einfach den Filter Belichtung öffnen und dann den Weißabgleich anpassen. Das kann ich auf zwei Arten machen. Zum einen habe ich hier die vorgegebenen Weißabgleiche hier zur Auswahl. Oder aber ich habe daneben das Pipette-Werkzeug und kann darüber meinen Weißpunkt bestimmen. Das möchte ich auch mal machen, um dir zu zeigen, ob das gut funktioniert oder ob das weniger gut funktioniert. Ich klicke einmal hier drauf und du siehst schon, wenn ich jetzt ins Bild gehe, wird mir hier so ein Stift angezeigt und rechts darunter wird mir dann hier eine entsprechende Vorschau angezeigt, wo ich sehe, wo ich gerade zu Hause bin. Jetzt kann ich hier den Weißpunkt hier nehmen oder ich suche mir hier so ein Grau raus und gucke mal, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen mal hier so ein etwas helleres Grau und klicken da mal drauf. Und dann stellt er mir hier den Weißabgleich ein und ich muss sagen, ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich die Pipette jetzt nochmal mir hier zur Hilfe hinzufüge oder hinzuhole und ich wähle jetzt einfach mal hier unten das Weiß vom Schnee aus, was er dann macht, dann wird das Ganze noch wärmer. Also von daher, das funktioniert, aber es gibt einen viel, viel schnelleren Weg und dafür setze ich das Ganze nochmal zurück auf die Aufnahme und dann gucken wir uns mal hier die Weißabgleiche an, die wir hier in der Automatik bzw. die wir hier zur Auswahl haben, nicht in der Automatik. Da habe ich die Möglichkeit, den Weißabgleich auf Tageslicht zu setzen. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber wir haben immer noch so einen ganz, ganz leichten Blaustich hier im Schnee. Dann habe ich als nächstes die Möglichkeit, bewölkt auszuwählen und ich muss sagen, bewölkt sieht schon sehr, sehr, sehr natürlich aus. Ich habe hier ein schönes Weiß und auch hier das Gemäuer von der Burg hier sieht sehr, sehr natürlich aus und ich wäre mit dem Weißabgleich bewölkt persönlich schon sehr zufrieden. Gucken wir uns aber trotzdem nochmal die anderen an. Wir haben noch die Möglichkeit, Schatten auszuwählen. Dadurch wird das Ganze noch ein bisschen mehr ins Wärmere gezogen. Wenn ich jetzt Glühlampe auswähle, wird das Ganze blau eingefärbt. Das gefällt mir überhaupt nicht und hat auch nichts mit Natürlichkeit zu tun. Kunstlicht dämpft das Blau nur ein ganz klein bisschen ab, ist aber immer noch viel zu stark oder viel zu intensiv. Und wenn ich Blitz auswähle, dann bin ich fast wieder an dem Punkt wie Aufnahme und da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Denn es gibt noch weitere Möglichkeiten, um jetzt hier wirklich ein Weiß zu generieren. Und zwar kann ich das Ganze hier unten über den Filter Farbe machen. Und hier habe ich sogar einen Regler, der nennt sich Farbstich entfernen. Und wenn ich den Regler Farbstich entfernen jetzt mal hochziehe, dann sehen wir, auch hier komme ich zu dem Ergebnis, dass mir der Schnee hier wirklich weiß angezeigt wird. Auch das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben allerdings nicht so schöne Farben hier in der Burg. Das muss man so ein bisschen abwägen, was einem da besser gefällt. Gefällt mir das besser, wenn ich das Ganze über den Filter Belichtung mache und da den Weißabgleich einstelle und habe dann das Gemäuer hier so ein bisschen in den wärmeren Tönen. Oder aber ich mache das hier über Farbstich entfernen und habe dann hier ein reines Weiß. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Diese weitere Möglichkeit ist aber eher nicht ganz so gut, gerade wenn man auch blauen Himmel dabei hat. Dafür setze ich jetzt mal hier den Farbstich zurück und gehe mal in die HSL-Einstellungen. Und jetzt nehme ich mal die Sättigung von blau und ziehe sie nach links. Also ich nehme jetzt Sättigung raus. Und auch das erzeugt den Effekt, dass mir der Schnee jetzt weiß angezeigt wird. Aber ich verliere im gesamten Bild überall da, wo auch ein Blauton drin ist, verliere ich Ansättigung. Das sieht man jetzt auch ganz gut hier oben im Himmel. Da ist noch blau, aber eben deutlich weniger wie vorher. Was kann ich jetzt machen, um das zu verhindern? Ich kann eine Maske nutzen. Genau. Ich nehme jetzt hier die Verlaufsmaske und sage einfach, von hier nach hier soll der Verlauf gehen. So möchte ich das Ganze haben. Dann lasse ich das Ganze los. Und jetzt sieht man, im unteren Bereich bin ich hier bei einem reinen Weiß vom Schnee. Und das blaue im Himmel, was vorher ja nicht so intensiv gewesen ist, aufgrund dessen, dass ich jetzt die Sättigung von blau rausgenommen habe, die ist wieder zurückgekehrt. Im Umkehrschluss habe ich das natürlich jetzt auch hier. Ich könnte also auch noch hergehen und könnte sagen, ich ziehe das Ganze etwas höher, drehe das vielleicht noch so ein bisschen und dann sieht das Ganze so aus. Auch hier habe ich jetzt wieder das Blau rausgenommen. Hier in diesem Turm hat man das eben sehr gut sehen können. Wenn ich den Filter mal ausmache, dann sehen wir vorher, nachher und auch hier hat man jetzt die Möglichkeit, über den Filter Farbe und dann die HSL-Einstellungen und die Sättigung dann ebenfalls auch noch diesen Blaustich rauszubekommen. Das Ganze gepaart mit einer Verlaufsmaske, wenn man noch blauen Himmel irgendwo im Bild hat. Die zweite Variante mit dem Filter Farbe bietet sich sehr gut an, wenn du im JPEG fotografierst. Warum? Im Filter Belichtung stehen dir die Weißabgleichvorgaben nur zur Verfügung, wenn du im RAW-Format fotografierst. Fotografierst du im JPEG, hast du diese Möglichkeit nicht zur Auswahl. Von daher fotografierst du im JPEG-Format, nutzt den Filter Farbe, passe die entsprechende Farbe in den HSL-Einstellungen über die Sättigung an, reduziere sie und nutze eventuell gegebenenfalls noch eine Verlaufsmaske oder aber auch das Pinselwerkzeug, um Schnee dann wirklich in ein reines Weiß zu setzen. Alternativ kannst du das natürlich dann auch über den Regler Farbstich regeln. Welche Möglichkeit nutzt du, um den Farbstich von Schnee oder von anderen Flächen zu entfernen? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren wieder einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mit dabei. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Luminar AI arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylim, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen. Zusätzlich gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode kannst du noch mal einen zusätzlichen Betrag sparen. Dieser Rabattcode ist ebenfalls noch mal in der Videobeschreibung hinterlegt. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünschst dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao. Ciao.